Titus 2, Nimm es auf bei 11. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringt es für alle Menschen. Sie nimmt uns in Sucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltliche Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. In dem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseren Retters Jesus Christus, der sie selbst für uns hingegeben hat, um uns vor aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sie selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun, Dieses sollst du lehren und mit allem Nachdruck ermahnen und zurechtweisen. Niemand soll dich geringschätzen. Hallo liebe Geschwister und willkommen zurück zu einem weiteren tiefen Eintauchen in das Wort Gottes. In diesem Video werden wir uns mit den ersten Auferstehungen, den zweiten Auferstehungen, den zweiten Tod und deren Zusammenhang mit der Rückung befassen. Die Hoffnung für alle, die an das Evangelium des Paulus glauben, ist der Wiederkunft Christi oder mit anderen Worten sein Erscheinen, wie steht in Titus 2, 13. Das Erscheinen Jesus in der Luft ist nicht sein zweites Kommen am Ende der Trübsal. Dieses Erscheinen in der Luft ist die Entrückung. 1. Thessalonicher 4, 17 1. Thessalonicher 4, nehmen wir es bei 16 auf. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erscheint, von Himmel her abkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. 2. Danach werden wir, die wir entleben und übrig bleiben, zusammen mit ihm in Rückwerden, in Wolken, zur Begegnung, mit den Herrn, in der Luft und so werden wir beim Herrn sein aller Zeit. 3. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Bei seiner Rückkehr für seine Kirche und wird er unser sterbliches Fleisch in verherrlichen Körper verwandeln, die für die Ewigkeit bestimmt sind. Zu dieser Zeit wird der Herr der lebendigen Gläubigen von Sohn Gottes erretten. Das ist der Tag des Herrn, der auch Jakobs Drangsal und Trübsal genannt wird. 1. Thessalonicher 1, 9 und 10 1. Thessalonicher 5, 9 Denn Gott hat uns nicht zum Sorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der vor uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Wachen oder schlafen heißt leben oder sterben, leben oder tot. Die große Frage unter den Gläubigen ist also, wenn beginnt der Sohn Gottes oder der Sohn des Lammes. Es beginnt mit dem Öffnen der siebenfach versiegelten Schriftrolle. Offenbarung 6 So, Offenbarung 6. Die Öffnung der sechs ersten Siegel. Die siebte Siegel sind die Posaunen. Vers 1, Vers 1 und Vers 17, das letzte Vers. Und ich sah, wie das Lamm eines von den Siegel öffnete und ich hörte eines von den viel lebendigen Wesen, wie mit Donnerstimme sagen, komm und siehe. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd und der darauf saß, hat einen Bogen und es wurde ihm eine Krone gegeben ohne Erzug aus, als Sieger und um zu siegen. Dieses weiße Pferd ist der Antichrist. So, schau mal runter zu 17, der letzte Vers. Und nehmen wir 16 auch mit. Bis zu diesem letzten Siegel, der sechste Siegel, sind über zwei Milliarden Menschen schon gestorben. Wir wissen aus Daniel 9, 27, dass der Antichrist mit vielen einen Bund für sieben Jahre schließt. 2. Thessalonicher 2, 7 und 8 sagt uns, dass derjenige, der jetzt zurückhält, der Heilige Geist, erst aus dem Weg sein muss und dann der Gesetzlose, der Antichrist, geoffenbart werden wird. Der Zurückhalter hält derzeit den Antichristen davon ab, auf die Weltbühne zu treten, um sich zu offenbaren. Der Antichrist hält sich noch im Hintergrund. Sobald der Heilige Geist, der Zurückhalter, die Kirche in die Entrückung herausnimmt, wird Satan sein Mann eine Stunde offenbaren. Die Feindseligkeit gegenüber der Lehre von der Entrückung vor der Trübsal nimmt zu. Ein gewisser Widerstand kommt von Nichtchristen, was verständlich ist. Aber leider kommt der größte Widerstand gegen diese göttliche Wahrheit von denen, die behaupten, Christen zu sein. Letztendlich ist Satan die Quelle dieser Feindseligkeit. Zunehmender Widerstand gegen diese zentrale christliche Lehre deutet darauf hin, dass die Wiederkunft des Herrn nah ist. Denn Satans Absicht besteht darin, die Gläubigen zu verwirren, Zwietrach zu sehen und ihren Hoffnung zu nehmen. Die Entrückung vor der Trübsal ist eine ebenso fundierte Lehre wie das Evangelium des Paulus, was in 1. Korinther 15, 1 durch 4 steht. Die Bibel liefert überwältigende Beweise dafür. Der Grund für den Widerstand ist zweierlei. Eins, Unkenntnis der Heiligen Schrift, insbesondere die Briefe des Paulus und zwotens, Unglaube. Die meisten weigern sich, es anzunehmen, weil sie es nicht wollen. Für sie sind Tradition und Religion wichtiger als die Heilige Schrift. Während viele Verse die Entrückung vor der Trübsal bekräftigen, sind nur ein paar Verse nötig, um sie zu beweisen. 1. Korinther 15, 1 und 50 und Vers 1. Thessalonicher 1, 10 genügen, um zu beweisen die Tatsache der Entrückung. 1. Siehe, ich sage euch ein was, ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Es ist eins, ein Geheimnis. Und zweitens, wir werden zwar nicht alle sterben, wir werden aber alle verwandelt werden. Und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet von den zukünftigen Sohren. Wenn eine Entrückung nach der Trübsal passiert, dann ist der zukünftige Sohren nicht mehr zukünftig, oder? Paulus erklärte, dass die Wiederkunft des Herrn und unsere Auferstehung, die Entrückung, eine Geheimnis seien. Mysterion. So, gehen wir zu meinem Programm wieder in Englisch. Ich werde das in Deutsch übersetzen, keine Bange. Geben wir einfach ein, 1. Korinther 15, 51. Okay. Beginnen wir mit dem King James. Und da ist er. Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Wenn ich den jetzt, ich kann auch Luther hier finden, hier, Luther, deutsche Bibel. Und den auch da eingeben. Sehe, ich sage euch, ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden aber alle verwandelt werden. So, wir gehen mal zurück zu dem King James. Wegen des Strongs. Wegen des Griechen. Klicken wir einmal darauf. Und hier ist der Textus Receptus. A mystery ist ein Geheimnis. Es heißt Mysterion. 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 Okay. Und hier ist die biblische hier Nutzung des Wortes, des Textus Receptus Wortes. Und das können wir auch in Deutsch übersetzen. Hier gleich. Da ist es ja. Es ist was Verborgenes. Ein Geheimnis. Ein Mysterium. In allgemeine Mysterien. Religiöse Geheimnisse, die nur den Eingeweihten und den nicht gewöhnlichen Sterblichen anvertraut werden. Ein verborgene oder geheime Sache, die dem Verständnis nicht offensichtlich ist. Ein verborgener Zweck oder Rat. Geheime Wille. Die geheimen Ratschläge, die Gott im Umgang mit den Gerechten leiten, die von den gottlosen und bösen Menschen verborgen sind, den Frommen jedoch klar. In rabbinischen Sinnschriften bezeichnet es den mysterischen oder verborgenen Sinn, einen Spruch aus dem Alten Testament, ein Bildes oder eine Form, die in einer Vision gesehen wurde oder eines Traumes. So, dieses Rabbinische ist alles nichts für uns. Das hier ist unser, es ist was, die Entrückung war was Verborgenes. Es war ein Geheimnis, ein Mysterium. Das zweite, endgültige Kommen Christus war kein Geheimnis. Im gesamten Alten Testament lehrten es die jüdischen Propheten. Der Herr selbst lehrte es in seinen irdischen Dienst. In der Ölberg-Diskurs sagte Jesus, so, Matthäus 24, der Ölberg-Diskurs, ein Teil davon. Hier ist die Passage über das kommenden, des Menschensohnes, sein zweites Kommen. Wir nehmen Vers 30. Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen. Und sie werden den Sohnesmenschen, was? Kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Ähm, nehmt mir auch 44 mit. Darum seid auch ihr bereit, denn der Sohnesmenschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Die Auferstehung Christi war auch kein Geheimnis. Die Pharisäer glaubten es und Jesus lehrte es. Martha wusste davon und glaubt daran. Johannes 11, 23. Durch 25. Johannes 11. Der Kontext dieser Passage ist Lazarus, wo Jesus Lazarus aus den Toten auferstehen ließ. Vers 23. Jesus sprichst zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha sprichst zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus sprichst zu ihr, ich bin der Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Wenn Paulus die Wiederkunft des Herrn und unsere Auferstehung als Geheimnis erklärte, denn kann das nur eines bedeuten. Es war ein Geheimnis. Offenbarung 20, 4-6 erwähnt eine erste Auferstehung und identifiziert die Beteiligten als glückselig und heilig. So, Offenbarung 20, Vers 4 durch 6. Dieses, das Gericht hier spricht von der Schafe und Böcke bekannt ist. Vers 4. Und ich sah Throne und sie setzten sich darauf und das Gericht, die Schafe und Böcke, wurde ihnen übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet wurden, war um das Zeugnis des Jesus und um das Wort des Gotteswillens und die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild und das Mahlzeichen weder auf ihr Stirn noch auf ihr Hand angenommen hatten. Und sie wurden lebendig und regierten die tausend Jahre mit Christus. Die übrigen der Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die tausend Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung, über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren tausend Jahre. Der zweite Tod, also der Feuersee, Offenbarung 20, 14, hat keine Macht über diese Personen. Die erste Auferstehung ist also die Auferstehung aller Gläubigen. Offenbarung 20, gleiche Kapitel, nehmen wir es auf bei 12. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihrer Werken entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren, und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihn waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seine, was werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in der Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Dieses Gericht ist das große weiße Thron hier. Am Ende das Millennium. Die erste Auferstehung entspricht die Lehre Jesus von der Auferstehung der Gerechten, Lukas 14, 14, und der Auferstehung des Lebens, Johannes 5, 29. So wirst du glückselig sein, denn weil sie es dir nicht vergelten können, wird es dir vergolden, werden bei der Auferstehung der Gerechten. Johannes 5, 29. Und sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Die erste Auferstehung vollzieht sich in verschiedenen Phasen. Jesus Christus selbst, der Erstling, 1. Korinther 15, 20. Er ebnete den Weg für die Auferstehung alle, die an ihn glauben. 1. Korinther 15, 20 und 21 Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling, der Entschlafenen geworden. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Was wunderbar ist, weil es steht in dem gleichen Kontext wie unser Evangelium. Und da wir schon mal hier sind, glaube ich, wir machen das auch. Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündet habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündet habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hattet. Denn ich habe euch so alle erst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Bei der Erscheinung des Herrn Titus 2, 13 wird es die Auferstehung der Toten in Christus geben. 1. Thessalonischer 4, 16 Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehle geht und die Stimme des Erzengels und die Person in Gottes erscheint, von Himmel her abkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Und wir, die wir leben und übrig bleiben, 1. Thessalonischer 4, 17 Diese beiden Verse, 16 und 17, beschreiben die Entrückung. Vers 17 Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit den Herrn, in der Luft Und wir müssen einander trösten mit diesen Worten. Dann die Auferstehung der Märtyrer am Ende der Trübseil, Offenbarung 20, 4 Auch die Heiligen des Alten Testaments werden am Ende der Trübseil auferweckt und sind auch Teil der Erste Auferstehung. Offenbarung 20, 12 und 13 Offenbarung 20, 12 und 13 identifiziert diejenigen, aus denen die zweite Auferstehung besteht, als diejenigen, die vom Gott bei einem großen weißen Throngericht gerichtet wird, bevor sie in den Feuersee geworfen werden. Die zweite Auferstehung ist also die Aufweckung aller Ungläubigen. Die zweite Auferstehung ist mit dem zweiten Tod verbunden. Offenbarung 20, beginnen wir bei 12 Und ich sah die Toten, klein und groß, vor Gott stehen und es wurden Bücher geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet Das ist das Buch des Lebens Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihrer Werken entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihnen waren Und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken Und der Tod und das Totenreich wurde in eine Feuersee geworfen Das ist der zweite Tod Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde So wurde er in den Feuersee geworfen Diesen spricht die Lehre Jesus von der Auferstehung der Verdammten, die zur Auferstehung des Gerichts bestimmt sind Und sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens Die aber das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts Daniel 12, 2 fasst die beiden sehr unterschiedlichen Schicksale zusammen Denen die ganze Menschheit gegenüber steht Und viele von denen, die in Staub der Erde schlafen, werden aufwachen Die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande Jeder wird von den Toten auferstehen, aber nicht jeder wird das gleiche Schicksal teilen Das Neue Testament offenbart die weitere Einzelheiten, die getrennte Auferstehungen, die Gerechten und der Ungerechten Das Ereignis, das die erste und zweite Auferstehung trennt, ist das tausendjährige Reich Die letzten Gerechten werden auferweckt, die Schafe und Märtyrer nach der Trübsal um tausend Jahre mit Christus zu regieren Offenbarung 20, 4 Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde ihnen übergeben Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet worden waren um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen Und die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild und das Mahlzeichen wieder auf ihr Stirn, noch auf ihre Hand angenommen hatten Und sie wurden lebendig und regierten die tausend Jahre mit Christus Dies ist natürlich vor das Millennium, nach der Trübsal Vers 5 Die übrigen Toten aber wurden nicht viel lebendig, bis die tausend Jahre verendet waren Diese ist die erste Auferstehung Dieser Abschluss, diese ist die erste Auferstehung, ist im Kontext mit dem vorherigen Vers Von denjenigen, die Märtyrer, die das Mahlzeichen nicht angenommen haben und so weiter Und regierten mit Christus die tausend Jahre Diese ist die erste Auferstehung Die regieren Die erste große Auferstehung war die Auferstehung Jesus Christus Es ist in jeden der vier Evangelien dokumentiert Matthäus 28, Markus 16, Lukas 24 und in Johannes 20 Und wird mehrmals in der Apostelgeschichte zitiert Apostelgeschichte 1, 22, 2, 31, 4, 2, 4, 33 und 4, 26 und 23 Es wird auch in den Briefen an die Kirchen wiederholt erwähnt Römer 1, 4, Philippa 3, 10 und 1. Petrus 1, 3 In 1. Korinther 15, 12 durch 34 wird viel Wert auf die Bedeutung der Auferstehung Christi gelegt Wo berichtet wird, dass über 500 Menschen ihn bei einem seiner Auftritte nach seiner Auferstehung sahen Die Reihenfolge der Auferstehungen verglichen mit Ernten So, 1. Die Auferstehung des Lebens Das heißt, die Auferstehung aller, die ihr Vertrauen auf Christus gesetzt haben Johannes 5, 28 und 29 Erfolgt in drei getretenen Ernten Nimm mir sie A, B und C A. Ernte der Erstringsfrüchte 3. Mose 23, 29 ist ein gutes Beispiel Und der Herr redete zu Mose und sprach Rede zu den Kindern Israel und sage ihnen Wenn ihr das Land in das Land kommt, das ich euch geben werde und seine Ernte einbringt sollt ihr die Erstringsgabe von eurer Ernte zum Priester bringen Die Auferstehung Christi, der Erste, der Erstlinge Psalm 16, 10 und 1. Korinther 15, 20 durch 23 So, hier spricht David, Vers 10 Denn du willst meine Seele nicht den Totenreich preisgeben und willst nicht zulassen, dass dein Getreuer der Verwesung sieht Der Getreuer ist natürlich Jesus So, 1. Korinther 15, beginn wir bei 20 Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt Er ist der Erstling der Erntenschlafenden geworden Denn weil der Tod durch einen Menschen kam So kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen Denn gleich wie Adam alle sterben So werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden Ein jeder aber in seine Ordnung Als Erstling Christus Danach die, welche Christus angehören bei seiner Wiederkunft Danach das Ende Wenn er das Reich Gott, den Vater, übergeben wird Wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat 2. Die Auferstehung weiterer Erstlinge Das heißt jüdische Heilige, die rund um Jerusalem begraben sind Matthäus 27, 51 durch 53 Vers 51 Und siehe, der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten in zwei Und die Erde erbete und die Felsen spalten sich Und die Gräber öffnet sich Und viele Leiber, den entschlafenden Heiligen, wurden auferweckt Und gingen aus dem Gräber hervor Nach seiner Auferstehung Und kamen in eine heilige Stadt Und erschienen viele B. Haupternte Die Auferstehung der Kirche, der Leib Christi Auch bekannt als die Entrückung und der Tag Christi 1. Korinther 15, 23 52 durch 53 1. Thessalonicher 4, 14 durch 17 Korinther 15, 23 Ein jeder aber in seiner Ordnung Als Erstling Christus Danach die, welche Christus angehören Das sind wir bei seiner Wiederkunft Das ist die Entrückung So, gleiche Kapitel Vers 52 Plötzlich, in einem Augenblick Zur Zeit der letzten Posaune Denn die Posaune wird aus Schalen Und die Toten werden auferweckt Werden unverweslich Und wir werden verwandelt werden Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen Und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen Natürlich ist das alles ein Geheimnis 1. Thessalonicher 4, 14 durch 17 Denn wenn wir glauben, dass Jesus Christus gestorben und auferstanden ist Das Evangelium So will Gott auch die Entschlaffenden durch Jesus mit ihm führen Mit ihm führen Das heißt, die sind schon im Himmel Jesus bringt die Entschlaffenden mit ihm Vers 15 Denn das sagen wir euch In einem Wort des Herrn Wir, die wir leben Und bis zur Wiederkunft des Herrn Übrig bleiben Werden die Entschlaffenden nicht zuvorkommen Denn der Herr selbst wird Wenn die Befehle geht Und die Stimme des Erzengels Und merkt euch Die Posaune Gottes erscheint Nicht die Posaune, die Engeln in Offenbarung Von Himmel her abkommen Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen Na, die Toten in Christus werden zuerst auferstehen Danach werden wir Wenn ihr die Ernte eures Landes Hier ab 19, 25 und 26 Daniel 12, 1 und 2, 11 und 13 Und Jesaja 26, 19 durch 21 Ich weiß, dass meine Löser lebt Und zuletzt wird er sich über den Staub erheben Und nachdem dieser meiner Hülle zerbrochen ist Dann werde ich von meinem Fleisch los Gott schauen Deine 12, 1 und 2 Zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben Der für den Kinder deines Volkes einsteht Denn es wird eine Zeit der Drangsal sein Wie es noch keine gab Seitdem es Völker gibt Bis zu dieser Zeit Aber zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden Jeder, der sich in dem Buch eingeschrieben findet So, gleiche Kapitel Daniel 12, Verses 11 durch 13 Und denk dran Daniel sprichst zu sein Volk Israel, also das Volk der Juden Und von der Zeit an Da das beständige Opfer beseitigt wird Und der graue Verwüstung aufgestellt wird Sind es 1290 Tage Wohl dem, der aus hat und 1335 Tage erreicht Du aber geh hin, bis das Ende kommt Du darfst nun ruhen und wirst einst auferstehen Zu deinem Erbteil am Ende der Tage Und hier spricht Daniel wiederum zu Juden Sein Volk, Jerusalem Jesaja 26, 19 durch 21 Aber deinen Toten werden leben Auch meine Leichnam Sie werden auferstehen Wacht auf und jubelt, ihr Bewohner des Staubes Denn dein Tau ist ein Morgentau Und die Erde wird die Toten wiedergeben So geh nun, mein Volk, in deinen Kammern Und schließe die Tür hinter dir zu Verbirg dich einen kleinen Augenblick Bis der Sorn vorübergegangen ist Denn siehe, der Herr wird von seinem Ort ausgehen Um die Bosheit, die Erdbewohner an ihren Heim suchen Und die Erde wird das auf ihr vergossene Blut offenbaren Und die auf ihr erschlagenen nicht länger verbergen 2. Die Auferstehung der Heiligen der Trübsal Offenbarung 20, 4 und 5 Dies ist die letzte Phase der ersten Auferstehung Offenbarung 20, 4 und 5 Dies sind die Heiligen der Trübsal Das sind diejenigen, die vor der Trübsal Nicht an Jesus glauben wollten Haben das aber erkannt, weil sie irgendwo gehört haben Von vorher von uns, einer von uns vielleicht Dass es Jesus gibt Jetzt sind sie sich sicher, dass es ihn gibt Und müssen enthauptet werden Wegen ihres Zeugnisses Jesu jetzt Wo vorher Jesus vor uns gestorben ist Jetzt müssen sie wahrscheinlich für ihn sterben Okay, Vers 4 Und das haben wir schon vorhin gelesen Aber doppelt hält besser Und ich sah Throne Und sie setzten sich darauf Und das Gericht wurde ihnen übergeben Und ich sah die Seelen derer Die Seelen derer Die enthauptet worden waren Um das Zeugnis des Jesu Und um das Wort des Gottes Willen Und die, die das Tier nicht angebetet hatten Noch sein Bild Und das Mahlzeichen Weder auf ihr Stirn Noch auf ihr Hand angenommen hatten Und sie wurden lebendig Und regierten die tausend Jahre mit Christus So, es wurde uns die Auferstehung der Verdammten Betrifft diejenigen, die Christus und seine Erlösung abgelehnt haben Johannes 5, 28 durch 29 Und folgt auf die tausendjährige messanische Herrschaft Christi In Offenbarung 20, 11, 15 Das ist das zweite Tod Offenbarung 20, gleiche Kapitel Nehmen wir es auf bei 12 Und ich sah die Toten Klein und groß Vor Gott stehen Und es wurden Bücher geöffnet Und ein anderes Buch wurde geöffnet Das ist das Buch des Lebens Und die Toten wurden gerichtet Gemäß ihrer Werken Entsprechend dem Was in den Büchern geschrieben stand Und das Meer gab die Toten heraus Die in ihm waren Und die Tod Das Totenreich gaben die Toten heraus Die in ihnen waren Und sie wurden gerichtet Ein jeder nach seine Was Werken Und der Tod Und das Totenreich Wurden in der Feuersee geworfen Das ist Der zweite Tod Und wenn jemand nicht Im Buch des Lebens Eingeschrieben Gefunden wurde So wurde er In den Feuersee geworfen Dieses Gericht Ist das große weiße Thron Hier Am Ende Das Millennium Also liebe Geschwister Wir brauchen uns überhaupt Keine Sorgen zu machen Wir sind glückselig Und heilig Offenbarung 20, 6 Wir werden diese Erde Sehr bald In der Drückung verlassen Unser Teil Die ersten Auferstehung Römer 8, 1 Sagt uns Dass es jetzt kein Verdammnis Für diejenigen gibt Die in Christus sind Und wir sind in Christus Wenn wir an das Paulus Evangelium glauben 1. Korinther 15, 1, 3, 4 Gerettet Versiegelt Und zur Entlückung bereit Epheser 1, 13 In ihn In ihn seid auch ihr Nachdem ihr das Wort der Wahrheit Das Evangelium Eurer Rettung Gehört habt In ihn Seid auch ihr Als ihr gläubig wurdet Versiegelt wurden Mit dem Heiligen Geist Der Verheißung Der das Unterfand Unseres Erbes ist Bis zur Erlösung Des Eigentums Zum Lob Seiner Herrlichkeit Amen Maranatha